Die Covid-Pandemie, Versorgungsengpässe und der Krieg in der Ukraine haben eine weltweite Inflation ausgelöst. Die Energie- und Lebensmittelpreise steigen rasant, mit verheerenden Folgen für die Armen. Die Welt befindet sich inmitten einer Lebenshaltungskostenkrise. Gleichzeitig verzeichnen viele Unternehmen die höchsten Gewinne ihrer Geschichte. Multinationale Energie- und Lebensmittelkonzerne profitieren vom Krieg in der Ukraine. Und Pharmaunternehmen haben mit dem Verkauf von Impfstoffen, die mit Unterstützung öffentlicher Einrichtungen erforscht und entwickelt oder von Regierungen subventioniert wurden, enorme Gewinne erzielt. Diese Gewinne werden als Zufallsgewinne bezeichnet. Sie sind nicht das Ergebnis von zusätzlichen Investitionen, Arbeit oder Schaffenskraft. UN-Generalsekretär Antonio Guterres nennt es unmoralisch, dass die großen Öl- und Gasunternehmen Rekordgewinne vermelden, während Preise in die Höhe schnellen. Er empfiehlt, diese Gewinne zu besteuern. Und zahlreiche Länder haben damit bereits begonnen. Wenn sie gut konzipiert ist, kann eine Steuer auf Zufallsgewinne sowohl Investitionen anregen, als auch die Einnahmen erhöhen. Sie würde unseren Staaten Mittel an die Hand geben, die Lebenshaltungskostenkrise abzufedern und öffentliche Dienstleistungen zu finanzieren. Und auch in nachhaltige Infrastrukturen zu investieren, um uns dabei zu helfen, die durch den Klimawandel begründeten existenziellen Herausforderungen zu bewältigen. All dies würde dazu beitragen, das Vertrauen der Bürger in den Fortbestand unseres Gesellschaftsvertrags wiederherzustellen. Das ist der beste Weg, unsere Demokratien zu stärken.